Moin Leute, willkommen zurück zu unserer nächsten Folge des kleinen LD-Projekts. Wir sind mittlerweile Level 30 geworden und haben jetzt neben der guten Laura hier vielleicht auch noch ein wenig Fortschritt wieder gemacht. Zum einen, ich sehe hier gerade, wir haben Silber 2 in der Arena irgendwie abgeschlossen. Ich habe nur ein bisschen Arena gespielt, anscheinend hat es sogar direkt für den Sonntag gereicht gehabt. 70. Etage im Turm und wir haben sogar schon ein riesen OG10-Team, womit wir tatsächlich Roden farben können. Das funktioniert tatsächlich ziemlich gut, aber im Durchschnitt, also Bestzeit ist jetzt 2 Minuten 15, Durchschnitt ist wahrscheinlich eher so 2 Minuten 30, also da müssen wir wahrscheinlich statt Laura hier noch ein anderes Monster mit reinpicken. Ich glaube auch, dass wir zukünftig Lauren hier rausnehmen werden und Belladion einsetzen. Ich denke auch, dass wir hier vielleicht noch, wenn wir mal Glück haben und eine Lind ziehen oder den Greifen in Licht, der wäre ja auch richtig gut, dass wir den noch mit einbauen können. Dann sehen wir hier den Drachen, der ist OG10 schon gelöst und den Rest habe ich noch gar nicht angefasst. Wir sind ja auch erst Level 30 und da ist ja noch einiges möglich. Gucken wir mal so ein bisschen, was ist hier so passiert. Ach guck mal, wir sind kurz vor Level 31, aber ich wollte mal so an Level 30 innehalten und sagen, komm, wir machen mal wieder eine neue Folge, dass ihr auf dem neuesten Stand seid. Und ich weiß auch gar nicht, wie regelmäßig wollt ihr dann so diese Folgen sehen. Das ist für mich auch mal interessant zu wissen. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich habe jetzt mal wieder aufgelevelt, wir gehen jetzt Level 31. Ich dachte mir, Level 30 ist jetzt ganz interessant, weil wir haben jetzt einige Entscheidungen. Die erste Fusion, die wir gemacht haben, ist tatsächlich Veromaus gewesen. Das haben wir über den Weg des Beschwörers getan. Hier gibt es ja in diesem Willkommens-Zurück-Event hier, oder Beschwörer-Willkommens-Event, gibt es ja dieses Event 2 hier, wo man diese verschiedenen Fusionsmonster rausnehmen kann. Und hier haben wir tatsächlich, hier unten seht ihr es vielleicht noch, genau dort, dort haben wir noch die verschiedenen Fusionen für Veromaus genommen. Veromaus haben wir jetzt nicht aus dem Event, was aktuell läuft, wo man sich ein Fusionsmonster einfach so nehmen kann, Level 30, haben wir dort nicht genommen, weil eben genau hier aus diesem Event kein anderes der Licht- und Dunkelheitsnet-Fives auswählbar ist. Also man kann es ja basically, komm, vielleicht eine Fusion davon. Und ich glaube, ein Fusionsmonster-Ling-Ling war, glaube ich, eins, was man noch mitnutzen konnte. Und da habe ich mir lieber gesagt, nee, dann nehme ich mir lieber die komplette Fusion von Veromaus. Das ist das. Und jetzt haben wir natürlich noch diese anderen Sachen hier noch offen. Ich glaube, hier fehlt bloß noch diese eine kleine Coupon. Und dann haben wir hier wieder diese 4-Sterne-Event. Werde ich wahrscheinlich wieder mitnehmen zum Skill-Uppen. Und jede Art von 4-Sterne-Monster sind quasi Skill-Ups. Wir haben übrigens jetzt letztens schon mal wieder ein bisschen beschworen. Denn ich habe jetzt so vor kurzem den Cyborg in Licht noch gezogen. Weiß aber nicht, ob der uns so viel hilft. Und ansonsten kann ich euch noch mal ganz kurz die Monster-Box zeigen. Und ihr könnt ja selber noch ein bisschen schauen, was man hier vielleicht noch an LD-Monstern spielen könnte. Ein paar Ideen gerne in die Kommentare zum Thema Nekro-Bereich. Das würde mich noch mal interessieren. Und was ihr so denkt, was man da noch spielen kann. Wir gucken mal noch mal, was wir noch zur Verfügung haben. Und vielleicht dann ja auch in den anderen Dungeon-Etagen. Ich gucke mal hier in den LD-Bereich rein. Was haben wir hier noch? Wir hätten hier noch Bora. Das ist noch eine zweite Weckung. Heißt der Bora? Nee, Driller? Ach, keine Ahnung. Wie auch immer der heißt. Der wäre noch eine zweite Weckungsmöglichkeit tatsächlich. Vielleicht ist der sogar was für den Nekro-Bereich. Wir wissen es nicht. Hier ist noch ein Kurier-Hai. Die sind eigentlich alle nicht so geil, to be honest. Und ja, so viel haben wir da gar nicht. Eine Kabila hätten wir noch. Und wir haben hier in dem Lichtbereich vielleicht noch die Harp hier. Hat die viele Multi-Hitzen? Ich glaube nicht. Durch dringender Schrei. Drei Runden lang Dot-Damage. Nee, das ist es glaube ich auch nicht. Was haben wir hier im Dunkelheitselement? Wenn wir die Dame hier in Licht bekommen hätten. Wir haben die nur in Dunkel bekommen. Dann wäre das interessant geworden. Wir haben hier die Tante noch. Naja, so viel ist es nicht. Wir haben auch den dunklen Frankenstein. Vielleicht machen wir eine Frankenstein-Giants-Team. Ich weiß es nicht. Welches Monster, ich mir auf jeden Fall schon mal so ein bisschen vorgelegt habe, ist Carl. Da dachte ich mir, den haben wir jetzt ja aus der Halle der Helden genommen. Den werden wir mitnehmen. Und ich glaube, wir haben auch noch für den Dungeon noch was offen. Wir müssen hier noch eine Entscheidung treffen. Und ich glaube, wir werden jetzt hier den Kollegen einloggen. Den Heroin-Kürbis. Weil der einfach sehr viele Multi-Hits mitbringt. Natürlich auch dieses Angriffstempo-Ding. Aber ich glaube, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt, hier das Ding mitzunehmen. Wenn wir denn noch ein Schild aktiv haben. Ist der Schild aktiv, steigt der Schaden um 50%. Vielleicht ist der was für den Dungeon. Vielleicht auch nicht. Ich vermute fast nicht. Aber ich glaube, Nathalie ist es eher noch weniger. Weil die hat nur Silence, Brandmal. Ach, weiß ich nicht. Das sind keine tollen Sachen, die man so für irgendeinen Dungeon-Content benötigt. Gerade wenn hier irgendwas kommt, von wegen, wenn das Ziel besiegt wird, verringert sich irgendwas. Ich glaube, wir nehmen hier tatsächlich den Kollegen raus. Ich mache jetzt mal die Entscheidung. Halloween-Kürbis. Das ist den Kollegen, den wir jetzt hier noch rausnehmen werden. Und dann ist er jetzt auch noch für die Halle der Helden, die jetzt derzeit ist, die Runenschmiedin dabei. Das ist sehr cool. Weil die kann man nämlich in den Riftbiestern benutzen. Da müssen wir nur gucken, was wir dann noch in den Riftbiestern daneben spielen. Ihr seht auch, das Szenario habe ich jetzt komplett einmal durchgecleared. Alles auf drei Sterne. Und wir haben dadurch natürlich einiges an Runen, einiges an Rollen und sowas von Beines bekommen. Und ich habe jetzt, aber wir haben jetzt zwischendurch schon einen Livestream geöffnet gehabt. Und ich würde sagen, wir können jetzt gleich nochmal den Rest hier machen. Vorher gucken wir doch, dass wir nochmal schauen, was wir hier noch aus dem Net5-Event nehmen. Was ich euch auch nicht gezeigt hatte, in dem Livestream hatten wir tatsächlich noch ein weiteres Okkult-Girl gezogen. Wir haben nämlich Rika gezogen. Und da war jetzt ein bisschen die Überlegung, oh, geht man das jetzt als Skill-Ups dort rein oder eher nicht? Ja, das ist immer so, muss man halt schauen. Aber ich würde auf jeden Fall aus dem Shoes Net5-Event, aus dem hier würde ich auf jeden Fall gucken, dass wir dort, sag ich mal, dass wir dort ein Doppeltes Net5 rauswählen für LD-Rollen. Und wir haben jetzt an dem Tag, deswegen haben wir auch noch ein bisschen gewartet, die Möglichkeit, ein Monster zu beschwören. Das machen wir jetzt auch direkt. Bitte sein Doppeltes, bitte sein Doppeltes. Es ist ja richtig, es ist Waffenmeister, aber es ist der falsche Waffenmeister. An sich ist das ein geiler Pull, aber ihr wisst ja, wie es bei so einem LD-Account ist. Das ist es leider nicht gewesen. Schade, der ist leider nicht doppelt. Können wir den erstmal nicht nehmen. Himmels Shop oder Himmels Münzen Shop, was ist hier noch los? Können wir da noch irgendwas einsammeln? Ich glaube hier, genau hier war noch das interessante Zeug drin. Machen wir gleich mal die LD-Rollen fit für unser heutiges Opening. Let's go. Können wir auch die alle Attribute-Schriftrollen mitnehmen. Da sind nämlich vielleicht noch LD-Rollen drin. Und dann haben wir für die nächsten Streams oder für die nächsten YouTube-Videos hier auch nochmal ein wenig Zeug mit drin. Das nehmen wir mit, sehr gut. Das machen wir mal zu. Und dann, was war hier noch? Natürlich ist es ein 5-Beschwörungsevent. Ich würde jetzt hier auch eine Entscheidung treffen. Ich würde jetzt hier auch tatsächlich einfach ein Monster nehmen, was wir doppelt haben. Einmal Monster wählen. Und das müsste eins sein. Und zwar, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Ich glaube, Carlos hatten wir doppelt, richtig? Warte mal, bevor wir jetzt hier irgendwelche Fehler machen, gehen wir nochmal kurz ins Lager rein. Das war Carlos. Wir nehmen einfach noch einen zweiten Carlos. Natürlich blöd, für normalerweise. Aber für unser LD-Projekt heißt das, dass wir drei LDs haben können. Allerdings jetzt noch nicht. Warum? Weil wir werden jetzt nämlich gleich, wenn wir das Ganze auswählen, haben wir zwar einen doppelten Carlos, aber wir brauchen dennoch die ganzen Essenzen aus den Rift-Biestern. Das heißt, diese drei LDs, die sind quasi aufgespart. Aber wir würden uns jetzt hier einfach den Carlos wählen. Ja gut, wenn wir die Münzen dann haben. Also machen wir es vielleicht am besten. Ja gut, wir können es ja jetzt, müssen wir es jetzt im nächsten, im nächsten Ding machen. Fünf Münzen fehlen uns noch. Machen wir es im nächsten Video, würde ich sagen, dass wir uns das. Dann haben wir vielleicht auch schon die Rift-Biest da. So weit, dass wir wenigstens ein bisschen was gefarmt haben. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier schon machen könnten. Ja, guckt mal hier. Wir brauchen nämlich dafür diese 20 Dinger jeweils, um hier antike Kristalle zu bekommen. Das funktionierte noch nicht. Aber macht ja nichts. Wir haben ja noch ein bisschen was an Rollen bekommen. Dann machen wir die mal gemeinsam auf. Wir gucken gleich nochmal auf das Dungeon-Team. Aber ich glaube, das Dungeon-Team ist jetzt nicht so überraschend. Weil da war ja der Großteil, wie gesagt, Summonos war ja sehr Free-to-Play möglich. Gerade auch am Anfang. Und ach, guck mal, hier sind noch ein paar Münzen. Vielleicht brauchen wir das doch nicht vertagen. Aber wir müssen jetzt, die Auswahl können wir theoretisch schon treffen. Aber das machen wir mal direkt. Dann ist der schon mal eingeloggt. Machen wir nochmal den Carlos hier rein. Wo ist er? Ja, da ist er. Und dann beschwören wir den einfach mal. Jawohl. Du kannst das nicht mehr nach dem Ja, ja, okay. Passt. Jetzt haben wir den Carlos doppelt. Jetzt können wir demnächst den verfieden. Das ist schon mal nicht so schlecht für unser Netter, dass ich das mal mache, Bruder. Also, da stirbt gerade einiges in mir. Aber mein Gott. Was macht man nicht alles für den Content? Jetzt haben wir den Carlos hier nochmal. Oh, was könnte das denn sein? Der doppelte Carlos. Okay. Und jetzt Ziel ist es quasi den Carlos. Weil ihr könnt ja nicht doppelte Monster hier nicht mehr reinfiedern. Wir brauchen jetzt natürlich diese ganzen Essenzen. Also, den haben wir schon mal. Den haben wir schon mal rausgenommen. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, dass aus den restlichen LD-Rollen vielleicht noch was Schmuckes kommt. Das wäre jetzt sehr interessant. Erstmal auch die mystischen Schriftthorn hier auf. Gerne auch. Das ist tatsächlich gar nicht so verkehrt, wenn es hier mal leuchtet. Vielleicht für Skill-Ups. Für die bisherigen Vier-Sterne-Monster, die wir so gezogen haben. Leider haben wir keinen Neostone in Licht oder Dunkel gezogen. Dunkel wäre natürlich ein Net5, ne? Hier ist noch ein Joker. Und dann ziehen wir hier nochmal weiter. Ja, aber LD-Serie. Sehr spannend, mal so ganz andere Monster zu bauen. Bin auch mal sehr gespannt auf die anderen Dungeons. Sonst, wie gesagt, Nekro noch sehr herausfordernd, finde ich. Ich kann euch gleich nochmal auch die beiden anderen Dungeon-Teams zeigen, damit ihr wisst, was da noch so Phase ist. So, wir machen hier nochmal gemeinsam auf. Und gucken wir kurz nochmal. Jawohl. Jetzt haben wir noch drei mystische Rollen. Äh, drei LD-Rollen. Erste LD-Rolle. Elementan Licht. Was konnte der? Einzelzielfähigkeit. Schadenproportional zur Max-HP. Mal schauen. Und dann, dass er weniger Schaden von Verbündeten. Das ist so ein bisschen Darion-like. Jetzt haben wir hier noch einen LD-Monster. Den hatten wir schon. Bitte keine Doppelten. Das wäre schön. What the fuck? Was ist mit dir? Das ist genau der gleiche. So, weiter geht's. Hier auch mal ein LD-Monster raus. Aber das ist, glaube ich, keins. Das ist aber ein Skill-Up vielleicht. Magieritterin Astar. Und das sieht nicht nach einem... Naja, müsste ein Ladekreis kommen. Chloe. Chloe ist ein cooles Monster. Aber hilft uns nicht. Äh, gravierte Beschwörungen. Würde ich sagen, gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir noch einen Barbarenkönig oder einen Vampir. Für den Vampirlord. Äh, würde ich einfach mal aufmachen. Würde ich einfach mal aufmachen. Schauen wir mal, ob da was rauskommt. Ansonsten wieder Skill-Ups für irgendwas anderes. Wenigstens ein Lightning. Kein Lightning. Kommt, du hast gesagt, nope. Kein Lightning heute. Oder? Oder nicht. Er sieht eher nach einem klaren Nein aus. Okay, Kommt, du hast halt so gar keinen Bock heute. Gut, aber da haben wir nichts gezogen, kann man sagen. Da haben wir einfach nichts gezogen. Ja, weiß ich nicht. Also die Monster, die wir jetzt hier gezogen haben, die waren es gar nicht, glaube ich. Ich glaube auch, dass Priss das hier nicht ist. Schieben wir die alle rüber. Da ist der zweite... Da ist der zweite Kanos. Dann würde ich sagen, gehen wir noch mal ganz kurz in die Dungeon-Teams rein. Ich zeige euch mal, was ich hier so gebaut habe. Also für OG10 ist das das Team und das funktioniert auch im Autorun sehr gut. Also wir haben ja schon einiges an Dungeons, oder an Dungeons farmen können, an Runen farmen können. Aber guckt euch jetzt an, wie langsam das jetzt natürlich geht. Die Runen sind natürlich auch noch super basic. Ja, aber das ist das Team. Das ist das Team, was wir jetzt hier so gemeinsam spielen werden. Ähm, ich würde sagen, wir gehen mal jetzt noch zum Mittelboss durch. Aber ihr seht, die Laura macht hier ziemlich wenig. Vielleicht findest du noch ein besseres Monster, was man hier nehmen kann, äh, statt Laura. Wo ich mir aber gedacht hatte, Laura ist hier vielleicht gar nicht so schlecht, wegen dem Defense-Buff, den sie verteilen kann. Stärkt ein bisschen das Überleben der Monster. War so meine Überlegung. Ich würde sagen, es dauert jetzt eine Weile, Leute. Wir, wir cutten mal an der Stelle ein bisschen. Und wir treffen uns jetzt mal an der Riesen-Boss-Etage wieder. So, und dann sind wir jetzt auch schon am Riesen-Boss dran, ne? Das hat jetzt echt lang gedauert, heilige Scheiße. Wir sind am Riesen dran und jetzt hoffen wir, dass das Ganze nicht fehlt. Team-Up da. Jetzt kommt der Defense-Buff. Und jetzt mit dem Defense-Buff sind wir natürlich deutlich überlebensfähiger. Was schon mal nicht so verkehrt ist tatsächlich. Und jetzt hier, oh Gott, das war gerade ein Non-Crit. Sehr stark. Das hat man sich ja gar nichts gemacht hier an dem Kollegen. Aber ich glaube, Crow macht an sich schon viel Damage, wenn er nicht, nicht krittet sozusagen, ne? Also das ist, der muss hier natürlich kritten mit der Narbe. Hat er aber noch nicht. Und jetzt kriegen wir unsere Monster noch ein bisschen was drauf. Aber wie gesagt, der Wächter-Engel des Lichtes, der ist ausgespielt. Das heißt, wir kriegen regelmäßig die Defense-Buffs. Und vielleicht sehen wir jetzt ja auch gleich nochmal den Crow richtig draufhauen. Das ist einmal mit der, äh, mit dem Team-Up. Und jetzt müsste wahrscheinlich nächste Runde hoffentlich die Narbe kommen. Und das Ganze hier beenden mit Attack-Buff. Let's go. Come on, Crow, do it. Tu es für uns. Ach du Scheiße, da war ja gar nichts, Bruder. Äh, na gut. Gut, soviel aber, ihr seht, also es läuft runter. Es wird auch gewinnen, aber es dauert einfach Jahrzehnte. Jahrzehnte dauert das hier, ähm, sehr gut. Das ist einmal der Dungeon-Run gewesen. Was sagt die Uhrzeit? Drei Minuten sechs, Junge. Heilige Scheiße. Das ist natürlich ziemlich viel, ne? Graviertes Beschwörungsstück nochmal. Ein paar Münzen. Äh, ich hab das jetzt zum Hintergrund immer ein bisschen laufen lassen. Ein paar Rühnchen haben wir jetzt mittlerweile auch schon so angesammelt. Ihr seht, äh, ne? Auch wenn dann ein so ein Dungeon-Run, so ein 30er-Run wirklich Jahrzehnte dauert. Ähm, aber wir haben nämlich schon mal ein paar Runen. Ein paar haben wir schon. Die werte ich jetzt nach und nach auf. Das andere Dungeon-Team, was wir noch so hatten, ist im Drachen. Das hab ich jetzt bis UG9 laufen lassen. Ich glaube, UG10 haben wir nicht mehr geschafft, weil die Lauren muss ausgeskalt sein auf der zweiten. Ich zeig euch das mal, was ich meine. Ähm, normalerweise funktioniert das Team ganz gut. Aber dadurch, dass Lauren nicht regelmäßig das Zeug dabei hat, ähm, zum, zum Strippen, dauert das immer sehr lange. Und dann dauert der, der Bosskampf sehr lange. Und dann kann's auch mal sein, dass Lauren hier die Zeitliche segnet. Ah, das hab ich so noch gar nicht gesehen. Äh, der Kriegsbär in Dunkel ist übrigens ein sehr cooles Monster, was so ein bisschen ähnlich agiert wie der Greif in Feuer. Ja, der kann nämlich auch sozusagen Angriffsbalken zurücksetzen, der kann Attack-Debuffen, macht allerdings aktiv Schaden. Dafür nicht so viel Schaden, wie es eigentlich der Greif machen kann. Es ist so ein bisschen der Unterschied, aber er kann ja sehr gut debuffen und kann theoretisch auch Leute stunnen, bin ich der Meinung. Ähm, wenn er, glaub ich, kritisch trifft oder sowas, dann kann, sind auch Stunts möglich bei dem Kriegsbär. Ich dachte mir, der könnte gar nicht so verkehrt sein hier vielleicht für den Drachen. Ja, ihr seht auch wieder, das dauert auch wieder ziemlich, ziemlich lange. Aber Gott sei Dank sind die hier nicht alle so widerstandsfähig, wie das beispielsweise am Riesen der Fall war. Da war auch mal ein Stun dabei jetzt auf dem rechten Kristall. Sehr gut. Und jetzt ist der hoffentlich gleich durch, der Kollege. Jawohl, Nabe. Und wir sind jetzt in UG10. Und ich würde sagen, komm, wir springen wieder bis zum Boss. Diese kleine Wave, hier tue ich euch nicht nochmal an. So, wir sind am UG10-Boss und jetzt heißt es hoffentlich mit Lauren alles richtig treffen. Ähm, und vor allem nicht die, 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 die Fähigkeiten wasten. Das wäre, das wäre insane, wenn das Kauge das nicht machen würde. Aber wir wissen alle, wie die Realität ist. Ähm, deswegen spielen wir hier auch so ein bisschen, oh, das war ja gar nicht so schlecht. Deswegen spielen wir auch so ein bisschen mit dem, ähm, mit der Immunität von Fran. Das ist sehr wichtig. Klar, Virumos kann einiges runterglänzen. Aber irgendwann, genau irgendwann kommt nämlich der Immunitätskristall. Und jetzt wäre es halt schon sehr wichtig, wenn Lauren regelmäßig die zweite Fähigkeit verfügbar hat, um genau das zu tun. Und jetzt ist wieder der Immunitätskristall dran. Und deswegen dauert es jetzt auch ziemlich lange, weil wir profitieren basically nie von den Dots. Andere Alternative wäre vielleicht gewesen, dass wir den, ähm, rechten Turm zuerst machen. Aber das würde vielleicht auch bedeuten, dass eins der Monster dann stirbt, garantiert. Weil der Boss ja dann das Monster angreift, was den Turm kaputt macht. Was ein bisschen blöd ist. Und jetzt ist die Lauren raus. Ihr seht, OG10 klappt noch nicht ganz. Aber ich denke, mit Skill-Ups auf Lauren wäre das vielleicht ein bisschen besser. Weil die hat, wie gesagt, da kriegt sie ja noch Kuh dann auf der zweiten zurück. Und ich glaube aber vielleicht, dass wir auch noch ein anderes Monster brauchen. Damit wir hier am OG10er noch bestehen. Ich breche das mal ab, weil ich glaube, wir kommen jetzt ja aus der Immunität nicht mehr raus. Ähm, das heißt, OG10 klappt noch nicht. Nicht ganz, aber ich glaube, wir werden ein anderes Monster nehmen. Ich denke mal, wir werden hier zukünftig, ja, ich überlege noch, ob wir hier vielleicht nicht die Lauren rausnehmen. Dann hier den Veromos Lead machen. Und vielleicht nehmen wir den Pinguin-Ritter rein. Der kann dann nämlich auch noch zusätzlich, sag ich mal, schädliche Effekte entfernen und Angriffsbalken erhöhen. Was gut ist, es ist so ein bisschen dann wie Wördeheal. Das ist ja dann auch die Kombination aus Wördeheal und Veromos. Ist ja auch ziemlich, ziemlich stark. Aber vielleicht kann das nochmal den entscheidenden Ausschlag geben. Aber das werden wir nochmal in nächster Zeit sehen. Was wir da im Drachen machen, im Nekro-Bereich, habe ich noch gar nicht probiert, wie gesagt. Und ich glaube, es ist auch extrem schwierig, wird überhaupt Artefakte zu farmen. Weil wir brauchen ja Buff-Block-Monster. Und jetzt können wir mal durchgucken. Buff-Block-Monster, da müssen wir schon auf Ager warten. Und die Ager-KI ist schon ziemlich scheiße, muss man leider sagen. Und im Dunkelheitsbereich, yo, das sind halt alles Forster, als die hier irgendwie Buff-Blocken. Da haben wir nicht einen gezogen von. Nicht einen. Ich glaube, ach, den war mit dem Licht, haben wir sogar noch. Der kann auch Buff-Blocken. Oh, wait. Wait, wait, wait. Dann können wir vielleicht doch ein bisschen Buff-Block mitnehmen. Vielleicht mit Glynodon. Den komme ich ja komplett aus dem Blick verloren, den Kollegen. Aber ich glaube, der war der schlechtere von beiden. Ich glaube, Glynodon, der Feuer ist besser, weil der Passiv-Buff-Buff-Blocken kann. Und der kriegt hier Crit-Rate. Und die zweite Fähigkeit kann Buffs blocken. Das ist aber auch nicht so richtig geil. So ist aktuell der Stand. Ich glaube, das ist momentan das. Wir machen noch eine Entscheidung zum Schluss. Nämlich, dass wir jetzt noch das Unterstützungsevent nutzen können. Das war das hier. Ich glaube, wir konnten hier noch auf Level 30, war das hier drinne, konnten wir noch eine Fusion wählen. Wir hier immer so ein bisschen die Qual ruhen aus. Wir können hier noch mal unbekannte Schriftrollen uns wählen. Und ich glaube, genau hier können wir jetzt nämlich eine Fusion wählen. Und jetzt, wir können ja gar nicht den Docky-Block auswählen, sehe ich gerade. Sondern wir können ja eigentlich jetzt nur noch die Paladinen nehmen. Machen wir natürlich auch. Lichtpaladinen wird genommen. Damit haben wir für den Turm der Prüfungen. Also der Turm ist tatsächlich ziemlich einfach. Also ich glaube, Turm ist jetzt gar kein Problem. Das eher größere Problem, was ich sehe, sind die verschiedenen Dungeons. Aber solange wir den Riesen farmen können, bin ich eigentlich gut. Also das ist, es ist fein. Und jetzt nehmen wir die ganzen Ruhen noch mit. Was kommt hier so raus? Schmutz, alles klar. Auch Schmutz. Ja, die kleinen Blauen, die ist wahrscheinlich okay-isch. Und die ist auch wieder Schmutz. Gehört dazu, gibt mir Mana. Jetzt haben wir die Paladinen noch. Wieder ein Lichtmonster. Da brauchen wir natürlich wieder Lichtessenzen für, um die überhaupt aufwerten zu können. Auch wieder Devilmonster. Und ja, momentan stecke ich dann wahrscheinlich auch alle Devilmonster erstmal in Veromos und Laura. Wobei, Lauras dritte Fähigkeit ist eigentlich schon fertig. Die zweite ist jetzt, sie kriegt jetzt keine Codons mehr. Die zweite von daher ist mir auch wurscht. Was wir jetzt primär brauchen, ist noch Lauren-Codon-Reduzierungen. Da müssen wir noch Skillups farmen. Was wir jetzt noch machen werden, sind hier die anderen Monster auf den Weg bringen. Und dann arbeiten wir uns weiter in vielleicht den Dragons-Dungeon hoch. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir es schaffen, vielleicht ja auch in nächster Zeit den Abgrund Riesen zu legen. Wenn euch diese Art von Serie wieder gefällt, dann vergesst den Daumen auf dem Video nicht. Würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo es dann hoffentlich ein bisschen weiter geht. Und wir hoffentlich ein paar Röhrchen angespart haben, um hier nochmal richtig ein paar ED-Monster zu ziehen. In dem Sinne, danke für die Aufmerksamkeit. Haut rein, bis dann. Ciao.